Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Mein Name ist Christian, ich bin der Trainer und bei mir dreht sich seit über 20 Jahren alles ums Fotografieren. Heute habe ich einen ganz, ganz tollen Tipp für dich, der deine Arbeit vor allen Dingen mit dem Kopierstempel beziehungsweise mit dem Ausbessernwerkzeug komplett verändern wird, den du wahrscheinlich noch nicht kennst. Er ist zwar nur ganz, ganz kurz, aber weil er so wichtig ist, kriegt er heute ein eigenes Video und weil er so wichtig ist, verzichten wir heute mal aufs Intro und steigen gleich in Photoshop ein. Wir sind in Photoshop und ich habe auch gleich ein Bild für dich geöffnet und zwar dieses Porträt dieser jungen, hübschen Dame, wo wir in der Beautyretusche möglicherweise hier die Augenringe etwas reduzieren möchten, Fältchen reduzieren wollen oder ähnliches. Nicht, dass das notwendig wäre bei diesem Bild, aber in der Beautyretusche hilft man da einfach ein bisschen nach. Der Grund dafür ist, diese Dinge nehme ich mit freiem Auge gar nicht wahr. Wenn sie aber in der Kamera eingefroren in hoher Auflösung und riesengroß vor mir am Bildschirm sind, dann sehe ich sie mehr als üblich und um das auf das übliche Maß zu reduzieren, retuschieren wir hier. Das Ganze würden wir ja beispielsweise mit dem Bereichsreparaturpinsel hier machen und könnten dann bei entsprechender Größe des Pinsels hier einfach mal über ihre Fältchen unter den Augen drüber gehen. Das ist natürlich mega unnatürlich, denn ganz weg wollte es ja keiner. Wir wollten es einfach nur etwas reduzieren und da gibt es jetzt folgenden Tipp von mir, den du ab heute benutzen solltest und bei ganz, ganz vielen Dingen einfach ausprobieren. Wenn du jetzt nämlich, gleich nachdem du dieses Werkzeug angewandt hast, auf den Menüpunkt Bearbeiten gehst, dann haben wir hier einen Punkt, der nennt sich Verblassen und beinhaltet danach das Werkzeug. In dem Fall den Bereichsreparaturpinsel. Die Tastenkombination dafür wäre am PC STRG-Shift-F bzw. am MAC-Command-Shift-F. Das F kann man sich mit Fade, also ausfaden, so wie bei der Musik, sehr einfach merken. Wenn wir jetzt da drauf gehen, bekommen wir einen Schieberegler und jetzt die Möglichkeit, schaust dir mal an, das Ganze zu verblassen und einfach nur zu reduzieren, aber nicht wegzunehmen. Wir machen das jetzt mal mit ca. 50%, also 48% in dem Fall, bestätigen mit OK und du siehst, es ist immer noch da, es schaut immer noch natürlich aus, aber es wurde reduziert. Du könntest jetzt natürlich sagen, aber Christian, dann mache ich das doch auf einer eigenen Ebene und aktiviere für mein Werkzeug hier oben einfach den Punkt, alle Ebenen aufnehmen. Das stimmt und das funktioniert auch, solange du keine Ebenen dazwischen hast, von denen du keine Information aufnehmen möchtest, weil du sie für etwaige Arten der Bearbeitung, beispielsweise Frequenztrennung oder irgendwelche anderen Dinge, schon benutzt hast. Dann würde Photoshop ja auch von diesen bestehenden Ebenen die Information aufnehmen und damit ist das natürlich die viel, viel bessere und viel, viel angenehmere Variante. Experimentiere damit gern herum. Ich möchte nur zeigen, dass das auch mit dem Pinsel funktioniert, deswegen mache ich jetzt hier über das Protokoll unsere Schritte rückgängig. Nehme mal den Kopierstempel, platziere mein Werkzeug hier unten, gehe hier oben einmal drüber, auf den Menüpunkt bearbeiten, verblassen diesmal Kopierstempel und kann jetzt das Ganze rückgängig machen und das sieht doch fantastisch aus. Ein Werkzeug, mit dem es nicht funktioniert, zeige ich dir auch noch, dass du in diesem Zusammenhang vor allem in neuen Photoshop-Versionen wahrscheinlich gerne einsetzen möchtest, nämlich hier drinnen versteckt das Entfernenwerkzeug. Du kannst mit dem Entfernenwerkzeug natürlich hier drüber gehen. Das Ganze wird dann auch weggenommen. Wenn du jetzt aber auf Bearbeiten gehst, dann ist das Verblassen für das Entfernenwerkzeug nicht verfügbar. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude an diesem Tipp, wie ich damit, ihn mit dir zu teilen. Freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure massive Unterstützung für meine Videos, nicht nur bei Photoshop, sondern auch bei Lightroom. Wenn ihr was Neues gelernt habt, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr jeden Montag mit weiteren Photoshop-Tutorials und immer donnerstags mit meinen Workflow-Tutorials rund um Lightroom, Lumina, OnOne und so weiter versorgt werden möchtet. Ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, macht es gut.